ARD Text im Auftrag von Funk Schon bald startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland und mit RRO und dem FC Breit Gleiss verpasst ihr in der Gästchen-Arena garantiert kein Spiel. Zuerst wollen wir jetzt aber einmal wissen, ob ihr bereit seid für Russland. Darum haben wir ein paar ganz allgemeine Fragen, ob ihr das Land vorbereitet. Wird das Mikrofon schneller gepackt, darf die Frage beantworten. Aber Achtung, ist die Antwort falsch, bekommt der anderen den Punkt. Ja, dann gewinne ich. Seid ihr bereit? Ja. Wir beginnen mit einer ganz einfachen Frage. Wie heisst der Russische Präsident? Ja, das fängt gut an. Die Zeit läuft, ich habe keine Antwort. Nein! Wladimir Putin! Richtig, Joel. Damit bekommst du deinen ersten Punkt. Ab jetzt bitte ein bisschen vorsichtiger mit dem Mikrofon. Wir bleiben gleich bei der Politik. Für wie viele Jahre wird der Russische Präsident gewählt? Vier. Leider falsch. Der Russische Präsident wird für sechs Jahre gewählt. Damit bekommst Monja den Punkt. Und er steht eins zu eins. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Was ist in Russland das beliebteste Getränk? Vodka. Vodka. Richtig Monja, damit steht es 2 zu 1 für dich. Das ist natürlich auch eine 3. Nächste Frage. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Russen? Nimm die Gedächtnisse nicht der Punkt. Ja, da hast du nicht viel Vodka drin. Ich denke ich so 75. Ja Joel, es sind 64 Jahre. Plus minus 10 bis 3 Jahre. Ja, da haben sie den Punkt gegeben. Aber so müssen wir leider die Harmonie geben. Nächste Frage. Wie viele Zeitzonen gibt es in Russland? Vier, fünfe oder elf? Vier. Nicht ganz. Es sind elf. Somit Punkt für Joel. Wir kommen zur letzten Frage. Das ist eine Schätzfrage. Ihr könnt beide eine Antwort geben. Und wer den nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Also. Wie viele Prozent eines weltweiten Erdgasvorräts befinden die Schicht in Russland? Prozent. Prozent? Ja. Wie viele Prozent? 45. Ähm. Monia? 54. Ja, der Joel ist ein bisschen näher dran. Es sind 32 Prozent. Damit steht es 3 zu 3. Unentschieden. Herzliche Gratulation. In diesem Fall sagt ihr mal, ihr seid beide bereit für die WM zu Russland. Ja, das haben wir jetzt gesehen. Wir sind sogar sehr bereit. Volltreffer in der Gäschina-Arena. Das Brik. Erleben mit RRO und dem FC Brickeis. Zwerin 2018. Auf dem Süssballplatz. Gäschina, das Brik. Untertitelung des ZDF, 2020